Hallo, guten Tag. Mein Name ist Alexandra Wimmer von der Ö1 Kommunikation. Eigentlich wünsche ich mir zu Weihnachten ein bisschen weniger Autos für die Stadt. Leider tut sich sogar Ö1 mit diesen Wünschen ein bisschen schwer. Für alle anderen Wünsche ist unsere Website oe1.orf.at slash Licht ins Dunkel zuständig. Da können Sie vor allem Musikwünsche anbringen, die unsere Redaktion dann am 24.12. erfüllt. Ich habe meinen schon gepostet. Tun Sie es auch. Wir freuen uns drauf. Auf Wiedersehen.